Ich lerne Deutsch. Nummer 15956 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das war ein tolles Training. Ich werde es morgen wiederholen. Ich freue mich, dass meine Schwester wieder da ist. Sie war so lange weg. Das Fieber ist wie ein Gast, den niemand haben will. Aber mit der Zeit geht der Gast wieder weg. Das Fieber ist wie ein Gast, den niemand haben will. Aber mit der Zeit geht der Gast wieder weg. Das Fieber ist wie ein Gast, den niemand haben will. Aber mit der Zeit geht der Gast wieder weg. Das Projekt ist grundsätzlich eine gute Idee. Das Projekt ist grundsätzlich eine gute Idee. Das Projekt ist insgesamt eine gute Idee, auch wenn einige Details noch verbessert werden könnten. Das Yen-Zeichen ist ein Symbol für die japanische Währung. Das Yen-Zeichen ist ein Symbol für die japanische Währung. Das Yen-Zeichen ist ein Symbol für die japanische Währung. Wo befindet sich das nächste Krankenhaus? Wo befindet sich das nächste Krankenhaus? Kerzen geben meinem Schlafzimmer einen angenehmen Duft und eine romantische Stimmung. Kerzen geben meinem Schlafzimmer einen angenehmen Duft und eine romantische Stimmung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.